Was geht ab Leute, heute ist soweit, Lukas und ich spielen Tower Defense, das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir unsere Basis verteidigen von den ganzen Zombies, die heute kommen. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr helfen wollt, dritt einmal, kannst du dein Handy, drücken auf die Glocke und stelle auf jeden Fall noch einmal mein Merch aus, den ich gerade nicht anhabe, deswegen check ihn aus Freunde und jetzt viel Spaß. Oh, da kommen schon die ersten Zombies, Luka. Okay, pass auf, wir müssen schnell, ich packe ja mal oben einen Sniper hin, dass er die alle abschießt. Okay, okay. Und dann müssen wir, ich habe jetzt gerade 150 Dollar, also das ist noch nicht wirklich viel und ich muss auf jeden Fall auch noch gleich einen Typen hinlegen. Ich platziere hier den Sniper, ah, ich kann den da nicht platzieren, no, warte. Ah, guck, dass du den irgendwo hinbekommst. Hier kann er schnell, okay, er schießt die Abo. Ja, sehr gut, ein Zombies am Tag, wir können jetzt sogar schon die nächste Welle starten lassen und ich würde mal sagen, ich kaufe uns mal so eine kleine Farm, direkt hier am Anfang. Guck mal, hier haben wir jetzt so eine kleine Farm, die bringt uns nämlich noch mal ein bisschen mehr Geld. Ach, krass, ich kann uns auch eine kaufen, soll ich die auch da instellen? Ja, klar, kauf, kauf gerne, kauf gerne hier. So, mein Sniper steht auf jeden Fall schon mal da hier, muss ich sagen, oh yeah. Okay, denkst du, die zwei Sniper, das reicht für die Zombies oder müssen wir schon wieder? Ähm, ne, ich glaube, doch, obwohl, doch, unsere Sniper, die machen gerade echt gute Arbeit und unsere Farms stehen auf jeden Fall schon mal ordentlich. Wir können auch direkt schon die nächste Welle starten und jetzt sollten wir Geld bekommen. Guck mal, achte mal drauf, jetzt sollten wir echt Geld bekommen. Ja, ich seh's gerade, wir können auch, by the way, die Farms upgraden sich gerade, also wenn man draufklickt. Oh, stimmt. Oh, dann kriegen wir direkt 100. Okay, pass auf, dann upgrade ich mal ganz kurz für die Farms, so, Karottenfarm und jetzt kommen wir schon, ey, so eine richtig schnellen Zombies, guck mal, schon durchgelaufen. Oh, die rennen. Yo. Aber dein Sniper ist noch da, komm, hol ihn dir. Schieß den ab. Nein, was für mich, ich hab kein Geld, ich hab auch kein Geld. Was machen wir? Oh, er hat ihn abgeschossen, er hat ihn abgeschossen. Okay, jetzt kann ich mir schon wieder einen neuen Sniper leisten. Okay, okay, okay. Das hätte, warte mal, was ist denn das jetzt hier auch noch? Ey, wir müssen jetzt einsetzen, sofort. Ja, warte, ich kann hier, das Ding ist, ich kann hier eigentlich noch was hinbauen, ich weiß noch nicht. Ah, ich kann's da nicht platzieren, wo muss ich das denn hinbauen? Ich hab hier so eine Militärstation. Okay, ich hab gerade noch einen Sniper gesetzt, hier zur Sicherheit. Guck gerade, wo ich die am besten hinsetzen kann. Okay, warte, komm, nicht, hast du direkt gestartet? Nein, 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 ich hab noch nichts, doch, ich hab gestartet. Perfekt. Warte, hier oben ist auch noch ein Sniper von mir, der macht auch noch mal ein paar Sachen. Hier, den upgrade ich auch noch hier, der wird nur ein bisschen schneller, den upgrade ich auch, der geht schneller nach, der wird auch entspannt. Aber guck mal, wollen wir vielleicht die Farm einmal upgraden? Ja. Weil dann bekommen wir jetzt beim nächsten Mal nicht 100, sondern 250. Ich glaub, das wär schon extremst krass. Okay, ich muss noch ein bisschen, okay, aber pass auf, wir können schon mal wieder die neue Welle starten. Ich muss nur leider gerade, ja, ich upgrade es auch, okay. Und ja, wir haben jetzt 250 bekommen. Oh Gott, jetzt kommen aber schon echt heftige Zombies. Oh mein Gott, wie viele kommen denn da? So, ich frag mich grad, wo kann ich denn mal den Militär... Oh. Oh. Was hab ich hier hingesetzt? Da sind wieder schnelle Zombies dabei. Ich glaub, wir brauchen neue. Kann man den Militärbasis jetzt losfahren? Guck mal, was du gemacht hast, guck mal. Jo. Ja. Hey, was? Hier kommt ein Auto. Oh mein Gott. Äh. Überrollt der die jetzt? Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Ich glaube... Ich glaub, der überfährt die jetzt. Glaubst du wirklich? Ja, safe call. Okay, Auto. Oh mein Gott. Auto fahren die alle kaputt. Komm, 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 und... Baaat, oh. Let's go. Ey, was ist kaputt gegangen, leider? Also, nicht alle haben über... Oh Gott. Ey, du hast einen Flammwerfer-Typen. Oh, guck mal, ich hab Flammwerfer gespawnt. Oh mein Gott. Oh, die brennen alle. Der rastet komplett aus. Okay, wir können die nächste Werte starten. Sollen wir Ja drücken? Äh, ja, gerne, gerne, gerne. So, ich kann jetzt hier auch richtig heftig Typen hinsetzen. Und zwar haben wir jetzt hier so einen... Guck mal, so einen Militärtypen haben wir jetzt hingesetzt. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht wirklich durchkommen... Ja. Der wird richtig, richtig heftig die abämpft. Boah, das sieht krass aus. Ich hab die Farm nochmal geupgradet. Wir bekommen jetzt, ich glaub, 500 pro neues Level. Oder wenn die Farm einmal gelaufen ist. Ich seh's gerade, ich seh's gerade. Guck mal, hier. Wie die zaube... Ah, das nächste Auto kommt. Ha. Oh, let's go. Sehr gut, Alter. Und, ey, ich seh's gerade. Guck mal, wir können sogar mehrere Farmen setzen. Ich setz noch eine. Dann bekommen wir noch mehr Geld. Stimmt. Stimmt, lol. Das ist ja übelst krass. Oh, und jetzt, ey, mein Auto ist da kaputt gegangen. Was soll das denn? Ist aber... Wie viele fährt der um? Immer nur einen oder mehrere? Ich glaube, der kann auch mehrere umfahren. Aber jetzt ist der gerade leider gecrashed. Aber ich glaube, ich kann... Warte, 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 die kann ich auch noch upgraden, oder? Die Militärfahrer... Ja, ich kann die upgraden. Okay, das heißt, so. Hier und dann auch noch mal. Zack. Oh, mein Gott. Ich glaube, jetzt haben wir bessere Autos noch am Start. So, nächste Welle. Oh, Gott. Oh, Gott. Boah, wir kriegen gerade so viel Geld. Oh, oh. Aber da kommen auch gerade so viele Zombies. Oh, oh. Ja. Äh, oh, oh. Das sieht echt nicht gut aus. Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus. Aber dein Auto kommt da raus. Das Auto kommt, ja. Oh, oh. Okay. Das Auto hat auf jeden Fall... Oh, Gott. Das sind doch zwei Leute. Das sind doch zwei Leute. Lukas, wir brauchen ein bisschen Geld. Ja, ich hab... Ich kann es leider mal. Aber wo? Ich kann ihn nicht platzieren. Na, mir fehlt 50 Dollar. Snipe jetzt. Er sitzt. Ja. Nein. Komm, schieß. Schieß die doch ab. Nein, nein, nein. Wir werden ordentlich Leben verlieren. Oh. Wir haben 17 Leben verloren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, wir brauchen am Ende auf jeden Fall hier... Zack, wieder so einen heftigen Typen. Der... Oh, ein Auto. Ja. Das Auto kommt wieder. Okay, ich glaube, die nächste Welle, die wird jetzt richtig krass. Guck mal, ich baue jetzt hier nochmal... Ja, okay, da hast du recht. Ich baue jetzt hier nochmal... Mystery Zombies, komm. Sag der Kommandant. Guck mal, die haben Fragezeichen. Lol. Okay, ich glaube... Oh, die müssen abgesnipet werden, glaube ich. Okay, dann... Ich packe hier nochmal einen Sniper oben hin. Ich habe auch noch einen Flammenwerfertyp hingestellt. So, zack. Okay. Oh Gott. Hier, mein Typ. Der wartet auf jeden Fall auch nicht was. Wir können auch danach Radius Support machen. Oh, ich glaube, die kriegen wir easy. Die kriegen wir jetzt easy. So. Alter Schwede. Was kann man... Ich kann den... Ey, ich kann den Flammenwerfertyp auch noch upgraden. Ja. Wir können die Sniper alles upgraden. Guck mal. Klick mal drauf. Oh. Ja, stimmt. Das mache ich auch schon die ganze Zeit. Guck, ich upgrade auch noch meine Leute. Ich wusste es gar nicht. Ich habe es noch gar nicht gemacht. Guck hier, das Auto. Zack. Wieder umgefahren. Das Auto. Okay, das Auto ist echt krass. Das Auto ist wirklich sehr, sehr stark. Das Ding ist, ich kann halt noch viel mehr so eine Militärdinger hinbauen. Und die auch nochmal upgraden. So. Zack. Okay. Ey, das ist easy. Guck mal, jetzt kriegen wir es hin. Echt easy going, ne? Und wir können unsere Farben auch wieder upgraden hier. Das ist auch wichtig. Zack. Ich upgrade die noch ein zweites Mal. Und noch ein drittes Mal. Boah, alter Schwede. Guck mal, der. Radio Support hat er jetzt hier. Ey, hier kommen auch so viele Autos. Boah. Aber es werden auch mehr Zombies. Guck mal, jetzt kommen so von... Ey, was ist das denn, Alter? Der Totenbeschwörer. Ich hoffe, dass die Autos ein bisschen regeln, muss ich sagen. Oder müssen wir noch setzen oder reicht es aus? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Aber dieser Totenbeschwörer macht mir ein bisschen Angst. Der macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Der macht mir auch ein bisschen Angst. Das heißt, ich stelle lieber... Aber das Geld habe ich da noch nicht. Ich habe es auch noch nicht. Der Totenbeschwörer. Komm, die Farm muss Vollgas geben, damit wir Geld bekommen. So, ich packe hinten nochmal ein Auto hin. Er wird gleich nochmal ein Auto kommen. Ach, guck mal, im Notfall können wir die Farm und so auch Sachen wieder verkaufen. Ja? Damit wir auch auf die Schnelle Geld. Ja. Ja, okay, gut, okay. Ja, ist gut zu wissen. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal echt ordentlich hier voll gebaut, ne? Oh, die Autos, die hier kommen, muss ich sagen. Das ist schon wichtig. Komm, die Autos. Oh, guck mal. Ich kann es bei einem Auto. Ist es eine Waffe obendrauf? Zeig mal, wo? Ich sehe es nicht. Also, da kommt gleich ein Auto mit einer Waffe obendrauf. Aber, ey, der Totenbeschwörer. Der Toten... Oh mein Gott! Ey, guck mal, es kommen die ganze Zeit Autos. Ja, ja. Das ist ja übelst krass. Ich probiere, dass wir echt so viele haben, wie es nur geht. Ich setze auch noch mal eine. Ja, sehr gut. Ich habe die auch geupgradet, auch mit Waffe. Und jetzt, komm, auf den Totenbeschwörer auf, fein um! Ja! Let's go! Ja, sehr gut, okay. Da, guck mal, da oben ist der Garner. Oha! Und der schießt jetzt auch. Der schießt jetzt auch. Das ist krass. Können wir mal, klicken wir auf deine Militärbasis. Wenn du jetzt noch mal upgradest, kommt ein Panzer. Ein Panzer? Warte mal, ich gucke mal. Oh, für 6.000! Das ist mal krank! Oh mein Gott! Boah, es kommen so viele Zombies langsam. Warte, ich upgrade erst mal die anderen jetzt hier so. Hier upgraden. Upgrade die auch noch mal. Das hat 1.200, okay. Also ich würde sagen, ich packe noch mal ganz kurz. Obwohl, ich mache noch mal meinen Typen auch noch mal hier heftig. So, das heißt hier, so zack, kommt noch mal mein Typ hin. Den upgraden wir auch noch mal so ein bisschen. Alter, schön, wie viele Autos hier kommen. Und dein Flammenwerfertyp, der macht die immer voll schwach. Der ist auch krass. Ich habe den auch schon ein paar Mal geupgraden. Ah, ne, habe ich nicht den hier. Den muss ich noch upgraden. Den musst du auch noch upgraden hier. So, ich kann jetzt theoretisch noch mal... Ah, das ist noch mal zu einer Baumfarm machen. Dann kriegen wir noch mehr Geld. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, Farm ist echt wichtig, ne? Farm ist ultra wichtig. Da kriegen wir so viel Geld. Upgrade auch noch mal die Farben. Ey, guck dir das einfach mal an. Wie viele Zombies hier kommen. Oh! Zeig mal her. Hier, der große. Zeig. Oh mein Gott! Ey, das ist der lange... Der hat 1.600 Leben. Äh... Langsamer Boss. Okay, pass auf. Dann setze ich hier noch mal ganz kurz meinen Typen hin. So. Und da kommt noch ein Boss. Guck mal. Oh mein Gott, da kommt noch einer. Aber der ist nichts dagegen. Guck mal, der hat nur 450 Leben. Der andere hat 1.600. Ja, das ist schon heftig, muss ich sagen. Wir brauchen mehr Autos. Oh Gott. Äh... Wir brauchen mehr Platz. Ich werde jetzt mal kein Geld ausgeben. Und dann holen wir uns einen Panzer, okay? Für 6.000. Ich kann auch upgraden. Ja. Ja, okay. Okay, gut. Dann wir probieren es mal aus. Wir fahren mal ganz kurz in der Farm hin. Oh mein Gott, der Hindenboss. Der Hindenboss. Ey, der geht hier einfach easy durch. Ey, der hat noch 290 Leben, ne? Äh, okay, okay. Aber doch die Autos. Guck mal, die Autos kommen. Ja. Ja, aber der rennt hier durch. Bis zum geht nicht mehr. Oh Gott, der rennt durch die Autos durch. Nein. Müssen wir noch was setzen? Ja, müssen wir noch. Es geht nicht anders. Oh Gott. Fein um. Er hat 30 Leben. Nein. Äh, schieß ihn ab. Flammenwerfer. Schieß ihn ab. Oh, mach doch. Nein. Oh. Er hat sich... Er wurde gerade überfahren. Das Auto. Das Auto. No way. Er hat ihn gerade überfahren. Oh mein, Alter. Ähm, guck am besten nicht, was für Zombies gerade kommen. Oh mein Gott. Okay, warte, wir warten noch ganz kurz mit der nächsten... Ne, aber noch nicht auf Ja klicken. Alter Schwede. What? Okay, jetzt müssen wir glaube ich ein bisschen... Hier ist der Riesenboss. Der langsame Boss. Ey, der kommt hier durch. Oh Gott. Okay, ey, wir müssen... Der hat noch 900 Leben. Wir müssen mehr Gas geben. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen mehr Leute. Okay, pass auf. Der wird jetzt gerade von den Autos ein bisschen erwischt. Aber ich glaube, wir brauchen echt... Warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, hier, ich bin nochmal ein heftiges Auto geholt. Ich setze mal mehr Flammenwerfer. Den müssen wir haben ja ein besseres Aiming. Okay. Oh Gott. Er hat noch 500 Leben, Lukas. Er hat noch 500 Leben. 400. Ja, aber guck mal, ich habe gerade so viele Flammenwerferdinger hier hingesetzt. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Okay, ich kann jetzt hier nochmal ganz kurz, was ich noch machen kann, den Typen Automatik. Das heißt, er schießt jetzt richtig schnell. Oh Gott, der hat noch 200 Leben, Lukas. Ja, aber er schafft. Guck mal hier. Es sind noch so viele Sniper und alles hier. Zack, upgraden. Und er ist down jetzt. Und ja, ja. Was kommt da an Zoffis? Guck mal schnell. Alter, was ist das denn? Was ist das? Hey, Auto. Mach die kaputt. Nein. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da hinten die Riesenbosse. Ey, wir müssen mehr Sniper setzen. Okay, wir müssen hier vorne, guck mal, hier haben wir hier vorne so wenig. Wir müssen hier vorne viel mehr setzen. Das heißt, komm, wir hauen hier nochmal ganz kurz. Bisschen voll auf jeden Fall. Wichtig. Ey, hier kommen so viele gerade, Lukas. Hier kommen gerade so viele. Ich upgrade, ich upgrade. Ja, ich haue auch nochmal ein paar Sniper hin. Sniper sind, glaube ich, wichtig. Das Problem ist, meine Flammenwerfer-Soldaten, die können gegen diese schnelllaufenden nichts machen. Ja, ja. Deswegen, ich habe online schon wieder so einen Hidden Boss. Und zwei langsame Bosse. Zwei Stück? Ja, ja, zwei Stück. Okay, komm, ich haue nochmal ganz kurz Militär rein. Die Autos sind nämlich echt ganz gut. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen echt mehr Geld. Wir müssen eigentlich die Farben ein bisschen upgraden, aber es ist schwer. Ja, vielleicht für die nächste Runde, ich weiß, für die nächste Runde. Ah, das kostet wieder 1.000, aber dann kriegen wir wieder 250 mehr. Oh Gott, hier kommt der Hidden Boss. Wie viel lag da noch? Der hat noch 150. Ja, da sollte er... Oh ja. Oh ja. Zwei Autos. Oh ja, der hat. Weg mit dem. So, aber hier sind jetzt halt die Großen, diese drei langsamen Bosse. Ach, die leben ja auch noch. Oh mein Gott, ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Ich gucke gerade mal, wir können jetzt den hier upgrade jetzt mal auf Automatik. Das heißt, er schießt jetzt automatisch. Bam, 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 bam. Oh, das ist krass. Das ist halt echt richtig heftig, ne? Aber ey, die haben so viel Leben. Und die nächsten Zombies kommen. Oha. Oh mein Gott. Was ist denn der da hinten? Der schnelle Boss mit 1.800. Ey, den kriegen wir nicht auf. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Äh, ich muss, ich muss das Auto upgraden. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Wo ist das Auto hingesetzt? Wo war das? Äh, äh. Warte, was? Warte, upgrade, upgrade. Äh, komm, 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 ein bisschen noch, ein bisschen noch. So, okay. Ich hoffe, wir schaffen das, Lukas. Ey, das wird gerade real-talk-ultraschwer. Oh mein Gott, der Hidden Boss, ne? Der Hidden Boss ist auch noch da. Ich kann die Sniper nicht setzen. Man kann die ja nur auf Berge oder so setzen. Oh Gott. Oh, komm, bitte. Hidden Boss ist schon mal weg. Hidden Boss ist schon mal weg. So, den machen wir ein bisschen höher. Ey, nein. Oh mein Gott, der Riesenboss, der Riesenboss. Nein, der hat 1.200 Leben. Gib vollgas. Nein, der ist vollgas. Oh. Direkt verloren. Wir haben direkt verloren. Das soll so, wie wir von dem Video gewesen sind. Wir haben es leider nicht geschafft, Freunde. Aber wenn ihr noch einen weiteren Part sehen wollt, dann lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Ich habe hier noch die beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken und abonniert den Kanal. Für tägliche Umblox-Folgen extra für dich.